Fah segnet ausländischen Nationaltrainer Englands ab, Tuchel und Pochettino gehören zu den Favoriten. Nach dem Rücktritt von Gareth Southgate ist noch verschwommen, welche Person jene englische Nationalmannschaft in Zukunft einüben wird. Die Fah segnete hierbei ab, dass ein ausländischer Trainer den Amt übernehmen kann. Mauricio Pochettino und Thomas Tuchel gehören zu den heißen Kandidaten. Tuchel oder Pochettino? Fah segnet Trainer aus dem Ausland ab. Wer wird der neue englische Nationaltrainer? Diese Anfragestellung ist seit Wochen ungeklärt. Intern gibt es etliche Ideen, jene diskutiert wurden, aber Connex zu möglichen Kandidaten herrscht derzeit nicht. Sprach laut einem Dokumentarbericht des Guardian hat jene Fahr immerhin abgesegnet, dass der neue Nationaltrainer aus dem Ausland besuchen kann. Damit ist man zwischen den Three Lions schon eines Tages einen Hosenschritt weiter. Nun soll der Einstellungsprozess beginnen. Mauricio Pochettino und Thomas Tuchel sind jene heißesten Kandidaten aus dem Ausland. Da beide zu einer Dekret stehen, deshalb jene in der letzten Saison den FC Chelsea bzw. den FC Bayern München untröstlich haben, aber ihre Gehaltsforderungen könnten für den englischen Fußballverband problematisch sein. Der Southgate etwa 5 Millionen Pfund pro Jahr gezahlt hat. Zudem ist verschwommen in welchem Umfang Kerzenpfeilschnurstock steift Tuchel zwischen seiner eigentlichen Entscheidung. Eine Pause einzulegen, ausruhen würde, sowie der englische Geschwader anfragt. Beide könnten nebst ihre Zukunft weiterhin in dem Vereinsfußball sehen. Das muss zunächst eines Tages erörtert werden, bevor es konkrete Gespräche beliefern kann.